Sebastian, geh du voran. Was muss ich machen jetzt? Hier, so. Ja, was muss ich machen? Pass auf. Das sind hier... Du ziehst die Jacke aus, ich glaube mal, auf jeden Fall, da kann ich zur Jacke nichts passieren. So. Ich hab's rum, jetzt wird er. Pass auf. Michelle, trockne du deinen Gisli ab und wir reden gleich nochmal mit ihm. Aber erst muss hier der Kollege Koch seine Wette einlösen. So, das ist jetzt der... So, pass auf. Das ist jetzt der... Shit, ja, proben kann man sowas leider nicht natürlich. So, den erst mach ich, okay, das ist allgemein. Und dann kommt mal aus dem Rhythmus, das will ich ihm auch nicht. Das gibt einen gewissen Rhythmus, oder? Na, nimm mal. Um was geht's? So wie Glocken, so. Du solltest nach Möglichkeit das Ende der Stange erreichen, bevor ein Kartoffelsack dich erreicht. Aber meistens, wann die loslassen, gar nicht. Na, doch, das sagen die. Du kannst selber sagen, jetzt loslassen. Aber nicht, wenn du am Ende bist. Du kannst auch erst zweimal schaukeln lassen, dann siehst du irgendwo... Ja, okay, ja, okay. Ja? Also dann lass erst mal schaukeln. Okay. Und... Los! So, siehst du, da öffnet sich ein... Ja! Hopp! Oh, ja, na, bitteschön. Der real Seewolf, ja, er schafft es! Ja! 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 Vielen Dank.